Das ist eine saftige Hand. Sorry Steve, leid mir nicht. Hast du wieder geprickt oder was? Das ist immer der gleiche Scheiß. Gibst du heute auch? Ja, ich will gewinnen auf andere Spiel. Yugi ist immer der gleiche Scheiß. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich gewinne die ganze Zeit. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Alter, ich weiß auch nicht. Alter, das ist John. Hey, Servus, John. Alter, wir sind gerade Endscheiße drauf. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Yugi. Ich kicke jetzt zum siebten Mann, wie der gestartet hat. Ja, Yugi, das ist nur eine Sache. Aber ich habe etwas Neues gehört. Ich war gerade vorne im Laden. Ja, letztes Mal spiel. Forst of Wild. Aber jetzt ist es gut. Es war wenig. Es sieht gut aus. Forst of Wild, das haben doch die Ringsburger gespielt. Ja, ich habe es auch nicht gehört. Aber ich habe gehört, bei dem letzten Turnier waren nur vier Leute dabei. Alter. Da lohnt es es ja gar nicht, dieses Spiel zu spielen. Ja, aber es hat echt keine Zukunft. Ja. Das ist schlecht. Da spielen wir immer so zu viert gegen andere. Was war früher immer gut und stabil? Tokemon! Tokemon! Oh mein Gott, das ging immer ab. Oder nicht? Ich habe auch Toys noch. Die neuen Informationen von Lars. Zombie-Zocker. Beim Titsigi White House 30. Er nimmt die Einzelkarten und Displays an. Echt oder was? Ja. Ich spiele mit Tokemon. Ohne wir jetzt fangen werden. Ich habe auch keinen Bock mehr. Okay. Schön, ich spiele mit Toastras. Ich spiele mit Toastras. Krasses Denker, Deck. Ja, Mann. Fangen wir sie uns alle, oder? Schnappen wir sie uns alle! Ja, Mann. Wenn euch unser Video gefallen hat, Checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und inscriben unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Site wird auch immer neu aufgebrischt. Ansonsten leidet es nicht.